Morgen, Liebling. Sollte nicht deine Mutter heute zum Babysitten kommen? Ich seh sie schon vor mir. Oh, seht euch nur die Küche an! Ich muss meine Putzfrau anrufen, damit sie hier mal sauber macht. Und mach meinen Kaffee nicht zu stark. Du weißt, sie fangt sonst an zu zittern. Sollte sie sich doch selber einen machen. Verdammt. Morgen, Liebling. Kannst du mir einen machen? Aber stark, ich kann's brauchen. Du auch, Mama? Nein, danke. Ich hab mir schon einen gemacht. Dünn. Sehr dünn. Nescafé Classic. 100% nach ihrem Geschmack. 100% nach ihrem Geschmack.